Hallo und herzlich willkommen zu Part 90 von Dauntless, müsste eigentlich 90 sein, hoffe ich doch mal. Wer nervt hier? Ja, der Statik, Lukas. Ja, hallo Lukas, ich habe gerade eine andere Aufgabe. Und zwar möchte ich euch im heutigen Part zeigen, wie man seltene Gegenstände sehr, sehr gut abfarmen kann. Zum Beispiel hier, um den Hunger herzustellen. Da sehen wir, glaube ich, einen elementaren Wutschwanz und eine elementare Klaue, wenn ich das richtig sehe. Was hier noch fehlt, ist der verdrehte Schattensporn. Dafür müssen wir im, wie heißt der, Shroud die Füße abklopfen. Ja, aber zum Beispiel hier sieht man es auch gut, das ist auch ein Klauenjuwel und elementares Klauenjuwel. Denke ich dürfte das sein, wenn ich es richtig sehe. Und ein elementarer Wutschwanz, auf jeden Fall zwei elementare Dinge. Ihr seht, den elementaren Wutschwanz habe ich jetzt schon recht häufig mit zwölf Mal. Konnte ich mir sehr gut erfahren. Den braucht man zum Beispiel, braucht man die Sachen auch hier hinten. Für die hier prismatische Anmut. Und hier, das könnte auch das Klauenjuwel sein, weiß ich nicht genau. Elementarer Wutschwanz, was gibt es da noch? Die Wutplatte gibt es noch. Und ja, ich lese euch mal ganz kurz vor. Moment, ich habe es mal aufgeschrieben. Also was können wir hier jetzt super geil farmen mit dem, was ich euch heute zeige. Elementares Schädeljuwel, elementares Schwanzjuwel könnte eins davon sein. Zum Beispiel, elementares Klauenjuwel, die elementare Wutplatte und der elementare Wutschwanz. So, die Sachen können wir farmen. Ich werde ganz kurz die Quests starten, wo wir das machen können. Also ich habe mir dafür den Firebrand Sherrock rausgesucht. Wir benutzen folgende Tränke. Ich habe ja die Skillung im letzten Part schon ein bisschen gezeigt. Folgende Tränke. Und zwar Raserei-Elixier, Prügel-Elixier, einfach um den Schaden hochzupuschen. Überfall-Elixier, um den Betäubungsschaden hochzusetzen. Haben Eis geboren, voll drin, Gerissenheit, Leitung, wilde Raserei, Wut, ätherische Regulation und Disziplin. Ja, man kann das Bild auch anderweitig nachbauen oder leicht verändern. Hauptsache man hat richtig fetten Schaden, hat die drei Tränke drin, hat wirklich guten Schaden halt von Anfang an. Man könnte es auch mit Raubtier oder sowas machen und so. So, und dann geht man einfach schnellstmöglich jetzt zum Monster, versucht es zu betäuben und kloppt einfach volle Kanone rein. Ihr seht es jetzt. Und dann droppt eigentlich immer wieder was. Also das ist ganz easy. Auch den Speedrun mit dem Bild zu machen ist super easy. Ja, den Bild, den will ich jetzt nicht wieder erklären. Den könnt ihr euch im letzten Part halt angucken. Und ich denke, damit ist genug gesagt. Jetzt will ich einfach mal zwei Runden, zwei, drei Runden laufen und ihr werdet es dann sehen. Ich konnte jetzt so schnell die Wutschwänze und Elementare, Schwanz, Juwele und so weiter, da droppt einiges. Wie mache ich es? Ich mache immer, nutze hier das schnelle Laufen dann von meiner Shrikes-Eifer oder was das ist. Ich weiß gar nicht, die Laterne halt, ihr habt es ja eben gesehen oder im letzten Part. Laufe hier vor das Monster, sammle die Teile hier ein. Ich gebe immer ein bisschen Gas, weil man muss ein bisschen Gas geben, um die Sachen auch farmen zu können. So wurde es immer übermittelt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich denke schon, gehe hier hin und hau einfach dann eine rein. So, und da ist der relativ schnell betäubt. So, hier, bam, genau. Ich habe jetzt die Tränke ja auch genutzt. Jetzt kann man zum Beispiel hier die Wutplatte, äh Quatsch, die Elementare, Sklauenjuwel kann man hier farmen über die Beine, wenn man ihm die Beine bricht. So, das müsste eigentlich jetzt gleich schon passiert sein oder ist gerade passiert und ich habe es gerade mitbekommen. Ja, genau hier, da haben wir den ersten Loot, Elementares Sklauenjuwel, wie ich gesagt habe. Jetzt versuche ich mal ein bisschen auf den Schwanz zu gehen. Dafür gehe ich auch immer hin. Jetzt könnte man ja sagen, oh, das ist ja doof, der rollt ja immer weg oder haut ab. Dafür versuche ich ihn auch relativ zu Anfang eigentlich schon niederzustrecken einmal. Und dann gehe ich voll auf den Schwanz drauf hier, bam. So, und normalerweise funktioniert das immer recht gut. Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel Schaden an andere Stellen gefahren. Könnte sein, dass es jetzt nicht mehr ausreichend ist. Ich denke auch, dass es so ist. Ja, leider. So, wo ist der Kerl jetzt? So, hier, bam. Jetzt bleiben wir weiter dran. Vielleicht kriege ich ihn nochmal auf den Boden gelegt. Und das Gleiche kann man dann zum Beispiel auch mit dem Kopf machen, dass man genauso in die Kopfrichtung dann halt agiert. Und dann kann man sich super schnell die Sachen hier zusammen farmen. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht, mal eine Stunde lang. Und dann kriegt man da echt ordentliches Material zusammen. Ich musste jetzt für die Folge aufzunehmen. Ich glaube, da ist wieder ein Drop gewesen. So, was haben wir hier? Hier, wieder Wut. Jetzt haben wir die Wutplatte bekommen, weil er jetzt in diesem Wutzustand ist. Deswegen haben wir das bekommen. Vielleicht habe ich das jetzt nicht genau genug erklärt. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, den Schwanz. Was haben wir bekommen? Elementares Schwanz, Jumel. Elementarer Wutschwanz. Also, jetzt habe ich eigentlich fast schon alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Sehr geil. So, jetzt könnte man noch auf den Kopf gehen. Aber ich denke, der macht jetzt nicht mehr lange. Den Kopf werden wir nicht mehr schaffen. Ja, da ist er schon vorbei. Man sieht das. So, könnt ihr den Speedrun machen und so weiter. Da ist es eigentlich super easy. Denkt nur an die Tränke. Denkt dran, ein recht hohes Schadensbild zu holen. Spielt es solo. Ja, um es nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Wie bekommt man eigentlich die Sachen? Also, das elementare Klauenjuwel hat man jetzt gesehen. Genauso, ich muss gerade überlegen, das elementare Schwanzjuwel genauso, genauso wie das die elementare Kopfjuwel oder wie es heißt, wie heißt, Schädeljuwel. Die bekommt man dadurch, wenn man das Monster einfach schnell genug ein Teil bricht. Innerhalb von zwei Minuten, glaube ich. Man muss hinrennen, die Teile brechen. Dann kann man halt das Klauenjuwel an den Füßen bekommen. Das Schwanzjuwel kann man bekommen hinten, wenn man halt den Schwanz abtrennt. Und das Schädeljuwel halt, wenn man den Kopf beschädigt. Bei diesem Monster ist noch zu beachten, am Kopf bricht zuerst ein anderes Teil, ich glaube eine Augenbraue oder irgend so ein Quatsch. Das muss man zuerst brechen und dann bricht erst das Schwanzjuwel, äh Quatsch, das Schädeljuwel ab. Das ist noch wichtig zu wissen, also die drei Sachen kann man dort holen. Die elementare Wutplatte, genauso wie den Wutschwanz, kann man nur holen, wenn er in diesen roten Enrage-Modus, da geht also in den Wutmodus. Und dann muss man halt in der Zeit halt das Teil abbrechen. Das haben wir jetzt geschafft, einmal mit der Klaue, falls ihr euch jetzt zurückerinnert, also gerade so über mich gerollt ist. Deswegen habe ich auch drei elementare Klauenjuwele bekommen, weil ich eins am Anfang gebrochen habe und eins nochmal mitten im Kampf. Und habe dann auch gleichzeitig die elementare Wutplatte bekommen, wo das andere, die andere elementare Klauenjuwel her ist, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch doppelt einen Loot durch einen Bruch bekommen, keine Ahnung. Ja und den Wutschwanz, genau das gleiche Spiel. Wir haben, als er wütend war, seinen Schwanz gebrochen, deswegen haben wir eine Schwanzjuwel und den elementaren Wutschwanz bekommen. Ja und das kann man jetzt immer wieder machen. Ja, man kann gewisse Teile gezielt angehen, wenn man das dann halt braucht. Kann man machen, ich weiß nicht, ob am Kopf auch noch so ein Wutschädel oder irgendwas droppt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe des Öfteren jetzt in meinem Let's Play auch schon Parts danach benannt und habe gesagt, hey, hier habe ich das Schwanzjuwel herbekommen oder sowas. Aber das muss man schon sagen, entweder haben wir das als Truppe so gemacht, sind als Truppe gejoint irgendwo in eine Quest und haben dann gesagt, okay, jetzt zwei Minuten Run nur auf den Schwanz oder nur auf die Füße oder sowas oder nur auf den Kopf. Ja und das hier finde ich halt eine super geile Möglichkeit. Es ist eins der einfachsten elementaren Monster, die man machen kann, um halt diese ganzen Sachen halt abzustauben, um die Exotics herzustellen. Das macht man hier eine gute Stunde und ich denke, dann hat man so ziemlich alles zusammen, was man da braucht, sage ich mal. Und alles andere kommt eh dann wieder über die normalen Quests. Was wichtig ist, denke ich mal, ich renne immer direkt zu Monster, versuche es immer direkt zu finden und eine gute Map auch zu erwischen. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Natürlich, ich nehme jetzt die Aufnahme auf, dann habe ich natürlich immer wenig Glück. Ja, das kennt ihr ja schon. Ich hoffe, das war jetzt alles so relativ klar. Also man muss immer in irgendeiner gewissen Zeit halt die Teile da brechen im Kampf. Einfach möglichst schnell, um es einfach zu machen. Einfach schnell zu Monster rennen, möglichst schnell dem die Teile brechen und fertig, aus, Ende. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen noch auf den Kopf zu gehen, dass wir das Schädeljuwel noch sehen und ob es dort wirklich noch so irgendwas, ja, irgendwas Wuttechnisches gibt. Da kann ich das auch zeigen, dass zuerst ein anderes Teil noch abbricht an seinem Schädel. Augenbraue, Brauenschuppe, irgend sowas. Also man muss zuerst den Schädel ein-, zweimal bearbeiten, also einmal bearbeiten. Da unten ist es, glaube ich, oder? Ach, das ist natürlich jetzt ein weiter Weg. Ich weiß nicht, ob das zählt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da gab es unterschiedlichste Ansichten schon. Ist er jetzt überhaupt da unten? Der ist gar nicht da unten. Oh Gott. Wann finde ich ihn jetzt noch nicht mal? Ach Gott, das wird ja richtig peinlich. Ah, er ist da oben. Ja, ab wann das zählt? Manche sagen, ab jetzt Kampfbeginn zählt das, dieser Timer erst diese zwei, drei Minuten, die man da hat. Ich hatte aber auch einmal bei drei Minuten noch so einen Wut-Drop, keine Ahnung, oder Elementara-Drop. Ich habe da echt keinen Plan. Müssen wir mal gucken. Meistens war meine Kampftaktik so, dass ich versucht habe, direkt mal zu legen. Genau, wie wir es jetzt geschafft haben. Und dann versucht hier, einfach so reinzusmachen. Da habe ich Betäubungsschaden etc. alles mit drin gehabt. Jetzt gehen wir mal weiter auf den Kopf. Da dürfte gleich schon die Augenbraue da brechen. Da sehen wir es schon. Das dürfte die Braue da sein. Genau, verbrannte Kiemenhaut, die meinte ich. Naja, ist ja fast eine Augenbraue, oder? So, jetzt wird er wütend. Wir haben aber noch nichts am Kopf gebrochen. So, jetzt gleich ist er betäubt. Haben wir einen Bruch gesehen? Nein, noch nicht. Jetzt dürften gleich. Genau, das ist der Bruch. So, jetzt ist ja der Schädel gebrochen. Da bricht auch nichts anderes mehr. Elementares Schädeljuwel. Ne, ich glaube, da gibt es nichts Wütendes. Das wäre jetzt schon das zweite, dritte Mal, wo da nichts droppt. So, und jetzt könnte man zum Beispiel wieder Richtung Schwanz oder Füße oder sowas gehen. So, hier passiert nichts mehr. Hier kommt nämlich nur noch grauer Schaden. Da bricht halt nichts mehr. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich finde es halt eine supergeile Möglichkeit, ein bisschen was zu farmen. Da sehen wir wieder einen Drop. Das dürfte wieder so eine Wutplatte irgendwas sein. Elementare Wutplatte, elementares Klauenjuwel. Ihr seht, das kann man richtig geil farmen. Man muss das eigentlich gar nicht gezielt angehen. Ich habe manchmal einfach nur in den Reihen gehauen. Einfach auf gut, klök. Irgendwas bricht da immer. Und dann holt man es sich halt mit. Fertig, aus Ende. Vielleicht den Schädel oder Schwanz muss man ein bisschen genauer angehen. Kann man machen, muss man gar nicht. Ich versuche es jetzt nur für das Let's Play oder hier, um es zu zeigen halt. Habe ich jetzt versucht, möglichst alles mal mit in den Kampf reinzuholen. Aber ich sehe jetzt, wenn ich da jetzt einfach so reinsmesche, irgendwann bricht mal irgendwas. Und dann kriege ich halt den Loot. Ist also, ja, ganz easy. Und was auch sehr geil ist, man bekommt halt hier immer diese sonderbaren oder irgendwelche Zellentroppen auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und auch die stumpfen Argsteine habe ich immer mal drei, vier Stück mal eingesammelt. Ja. Und so einen Run hatte ich auch schon, wo dann verstrichene Zeit, ich glaube 3.20, 3.10, 3.11. Und dann ist kurz vor Schluss, wie jetzt noch, ist dann irgendwas noch getroppt. Jetzt haben wir das elementare Schädeljuwel noch gesehen, elementares Klauenjuwel und die Wutplatte. Ihr seht jetzt wieder drei super geile Sachen. Also, wie gesagt, wenn ihr auf der Suche, ich lese es nochmal vor, elementares Schädeljuwel, Schwanzjuwel und das Klauenjuwel. Das sind die normalen Teile, die hier brechbar sind in der Zeit halt eben. Und wenn er dann wütend ist, kann man die Wutplatte und den Wutschwanz mitnehmen. Ich denke, mehr gibt es da, also die elementaren Wutschwänze und Wutplatten. Ja, ich denke, mehr gibt es jetzt hier nicht als Drops. Mehr ist mir mal nicht aufgefallen. Ihr könnt es ja gerne machen. Vielleicht droppt euch noch was anderes. Mit dem Schädel bin ich mir noch nicht so einig. Aber bis jetzt, ich kann mich da auch nicht erinnern, dass es da irgendwie einen Wutkopf gab oder so irgendwas. Keine Ahnung. Ja, und damit kann man natürlich wunderbar, wie gesagt, diese ganzen Exotics bauen und so. Was ich noch sagen kann, als neutrales Monster ist natürlich Quillshot, sage ich mal, relativ, denke ich mal, kann man gut machen. Zum Beispiel hier für die Schädelschmiede. Hier, Schädelschmiede, zwei neutrales Schädeljuwel oder neutrale Schädeljuwele brauche ich da noch. Und den einen, den ich hier habe, eins von drei, den habe ich von Quillshot. Ich denke, das werde ich euch auch in einem der nächsten Folgen da mal zeigen, wie, was wir bei dem alles brechen und mitholen können. Und dann, denke ich mal, sind wir eigentlich gut aufgestellt und dürften so ziemlich alles auch haben, sage ich mal. Warum habe ich hier nur drei von drei? Was ist denn das? Ist das das elementare Teil da? Keine Ahnung, was das ist. Wundert mich gerade ein bisschen, müsste ich eigentlich wesentlich mehr haben. Vielleicht gibt es da noch, achso, da könnte das neutrale, das könnte auch sein, dass das das neutrale Schwanzjuwel da ist oder sowas. Könnte doch sein, oder? Sage ich jetzt einfach mal so. Leider sehe ich das hier auf der Xbox nicht ganz genau. Das ist mit blauem Hintergrund, habe ich gerade gesehen. Jetzt gucken wir mal hier. Und das hier ist auch blauer Hintergrund. Sieht aber ein bisschen anders aus oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal noch gucken, könnten die neutralen Sachen sein. Werden wir sehen in einem der nächsten Folgen. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Kann sein aber, dass ich es nicht mehr lese, bis ich die Folge auch schon, also habe ich die Folge schon aufgenommen. Wie gesagt, Quillshot ist da noch zu empfehlen. Da kann man auch super geil die Teile brechen. Ist ein bisschen schwieriger, aber geht immer noch super geil von der Hand. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie man ganz schnell diese elementaren Sachen sammeln kann. Mit einem ausgewogenen Bild, also Endgame-Bild würde ich es mal nennen. Was natürlich jetzt geil ist, ist, dass Wut und wilde Rasereien nach dem letzten Update halt früher nutzbar sind. Sind also direkt nutzbar ab der Stufe 1 praktisch schon. Und wenn man Eis geboren halt drin hat und falls man sich irgendwie Disziplin mal irgendwo erhaschen konnte. Oder, ja, man sollte schon Disziplin drin haben, dass man halt auch direkt in den Kampf starten kann und sich nicht noch hitten lassen muss. Ansonsten könnte man auch ein Bild wählen, halt weg von Eis geboren, auch mit Gerissenheit drin. Vielleicht mit Raubtier drin, mit Berserker drin. Solchen Geschichten halt, die direkt den Schaden irgendwie pushen. Ja, das dann ein bisschen komplizierter, ein bisschen anders aufzustellen. Und man muss auch ein bisschen mehr Skill haben. Hier mit der Skillung muss man einfach nur reinpretzeln. Ja, hier mit der wilden oder Ausweichkunst da, dass die Geschwindigkeit erhöht wird, wenn man ausweicht und so. Leitungen mit rein und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Builds, die da ganz gut sind. Ich denke mal, aber das hier ist halt richtig amok. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, euch eine kleine Freude machen. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann liked das Video, gebt mir einen Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber und wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst ein Abo da. Schaut auch mal bei Facebook, Instagram und Co. vorbei. Ist alles in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.